Nix wieder rein hier. Im reich der Hammer halt. Ach ja stimmt. Das hatten wir schon. So, nur der eine Stern, ne? Der ist zwischen den beiden also. Ist wieder so hier irgendwie am... Da kommt der ersten nach dem ersten. Vermutlich. Oh, jetzt trägt er auch noch eine Krone. Ich fass es nicht. Oh, wir haben kein Leben mehr, fällt mir gerade ein. Oh. Traum sagst du das, spiele ich hier schlechter. Plötzlich vorsichtig, ne? Das war knapp. Das war nicht knapp, das war doof. Okay, ich bin jetzt ganz allein gestellt auf mich. Oh, das ist hier der erste? Der erste, genau. Der müsste hier als nächstes kommen. Oh. Ba-dum, ba-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Alter, wie häufig das so passiert jetzt, ne? Ja, jetzt wo ich dabei bin. Ja, du bist so ne... So, nochmal. Reicht das Hammer-Rammer-Eis. So, jetzt müssen wir sowas schaffen. Also früher, als man dann während du das Item geholt hast und noch gestorben bist, da gab's kein... Und dann hast du plötzlich nur einen Pilz gehabt. Da hatte die Feuerblume nur einen Pilzeffekt gehabt. Echt? Das weiß ich gar nicht mehr. Das war bei Super Mario Bros, glaube ich. Na gut, damals gab's auch noch so coole Items, die dich mal eine ganze Welt weitergebracht haben. Stimmt, die Pan-Flöte, ne? Genau. Die Zauberflöte. So, ab hier müssen wir jetzt nochmal ein bisschen... Hier muss irgendwo der zweite Stirn sein. Stimmt. Ja, ich überleg grad schon, wo... Da unten kommt man nicht mehr. Hier müsste das vielleicht irgendwo sein. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Da ist er doch! Das schwimmt ja vom Pagli! Ach, der war in der Blase, das gibt's ja wohl nicht. Dann bleiben wir hier und warten. Das war ja fiese... Bestimmt die Leute, die jetzt bestimmt das geguckt haben. Warum holt ihr den... Warum holt ihr den Stern nicht? Da ist er doch! Seht ihr den nicht? Ja. Oh Mann, das ist so ein fieses Versteck. Oh Mensch, da haben wir ihn ja auch endlich. So ein scheiß Versteck! Jetzt müssen wir das Level noch beenden. Oh, scheint jetzt schnell zu gehen. Ich glaub, jetzt kommen wir an die Oberfläche, ne? Ja. Wartest du? Genau. Haben wir so viel Zeit da vertröbelt? Ah! Jagd dich. So. Zwei, zwei, zwei. Zeit. Mittlerweile müssten wir es aber gleich... ...hinkriegen. Wir haben's gleich hingekriegt, glaub ich. Nein! Was doch! Oh, blockier mich nicht! Oh! Scheiße! Na komm rüber. Jetzt ist es sowieso zu spät. Oha! Runter! Alter! Rein da, rein da, rein da und weg damit. Puh! Oh! So eine... Ja genau, aber noch hier. Er kommt runter! Ich glaub, ich hab's am nötigsten. Ja, auch egal. Ach so, oh du bist klein! Ja! Oh! Und du trödest da noch rum! Ich komm nicht mehr raus! Ich komm nicht mehr raus! Was soll der Scheiß denn? Weiß ich nicht. Wie mach ich mit Blase hier? So. Wir, wir sterben jetzt. Bestimmt. Jetzt, wo du es beschworen hast? Ach ne, wir haben ja einen Zwischenspeicher. Stimmt. Aber der interessiert mich nicht. Guck! Kaum sag ich das. Was?! Mann! Ich dreh durch, ey. Gut. Ah nein. Doch. Wow, cool. Kleiner Ditch. Ach so, ich hab keine Feuerdings mehr. Ich kann ja auch mal hier oben lang, das vergesse ich aber. Vorsicht. Scheiße! Ich hab... Ah! Schaffst du's? Ja? Nein! Ja! War hier irgendwie ein Dings? Nee. Hier aber. Weil ich schon da rein bin. Best. Kann die nicht zerstören. So. Und hier ist das letzte. Der springt natürlich sofort los. Das ist sofort sinnvoll los, was ich muss sagen. Ich spring jetzt durch. Ja! Fertig! Das sieht aus wie japanische Fische vom Hintergrund, ne? Ich glaube, du nimmst den kurzen Weg. Ich schaff das auch so. Ich schaffe es auch noch! Nicht schlecht! Level beendet! Muss ich irgendwann mal sagen. Stimmt, das vergisst du. Ja, ne? Warum schäme ich mich nicht? Es ist so viel anders, wenn ich hier bin. Ja, ne? Geh weg! 95. Okay. So. Ein Level noch. Das Level kurz vorm Ende des Ende-Levels. Puh. Aber immer den gleichen Dächer, ne? Hause lässt sich... Vielleicht transportiert er das Schloss irgendwie nur. So kommt er vielleicht in den Finanzen rum, die ihn schon droben. Heißer Tanz am Lavasee. Heiß, heiß! So, ich hab keine Ahnung, was ich... Guck mal, die Lava steigt anscheinend. Oh ja. Da. Pff. Das war... Meiner? Gott. Pff. Dass die so hoch steigt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das sieht man doch. An diesen roten Flecken, an den braunen, schwarzen oder roten... So gründlich absuchen hier. Alles gut. Ich muss ja unbedingt dieses... Soft Park RPG, was da rauskommt, das muss ich unbedingt mal spielen. Das sind die gleichen... Die haben die gleichen Kostüme an, wie bei... Als die... Die PS4 und Xbox One parodiert haben. Okay. Da haben sie auch am Ende gesagt so, ne? Wachen wir unser eigenes Spiel. Der starb der Wahrheit. Cooler Trick eben mit dem Bummerang. Ja. Ich auch. Warte. Ach scheiß, lauf, 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 lauf! Okay. Sammel? Ja, mach mal. Los geht's. Sammel, sammel! Okay, alle haben wir noch. Alle Sterne. Das sieht's gut aus. Oh, geil! Das ist geil, immer so, ne? Toller Effekt. So. Lava steigt, ne? Stimmt, ich werde schon losgelaufen. Ach guck mal, das ist der Stempel. Los geht's. Los. Nicht holen! Nicht holen! Doch, ich habe ihn schon. Du darfst nur nicht sterben. Oh. Sehr gut. Und für mich auch noch einer. Haha. Jetzt sterbe ich nicht nur so schnell. Leicht gesagt. Los du Lava-Wand! Nimm meinen Bummerang! Oh, da ist was. Oh, da ist was. Ne, ne doch nicht. Ah! Ich geh mal durch, ne? Ich lebe doch. Oh. Ah, extra Runde vergessen. Oh, nicht schlimm. Ja. Oh, scheiße. War der Knopf. Ah! Im Moment klappt das ja ziemlich gut. Na gut, jetzt sterben wir jetzt. Oh. Das ist doch nicht so schnell das Ende. Nein, tu's nicht! Renn, 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 renn! Was tust du? Uns fehlt ein Stern. Ja, okay. Gut, den hätten wir sowieso. Gleich ist er ja hier. Hättest wenigstens noch mal die Farne Gold machen können. Nö. Oh, Bummerang. Da fehlen noch ganz schön viele Stempel, ne? Dafür, dass das eigentlich die letzte Welt ist. Da wird noch was kommen. Ist ja noch nicht ganz vorbei. Okay. Wer weiß es. Wir lassen uns überraschen. Nein. Pass auf, jetzt kommt er. Sammle alle grünen Sterne. Was? Um das Spiel zu beenden. Das wird auch gemein, ne? Gut. Stempel haben wir ja wohl. Nein! Geht nicht, ey. Kann's nicht. Kann man hier mit der Katze bestimmt hoch, ne? Hier ist aber nix. Hm. Oh Mann, ich bin zu früh ge- Oh! Ein Glück. Na gut. Na gut. Was? Was ist jetzt los mit dir? Hast du das nicht gesehen? Du hast den Bummer angeworfen, du katapultierst mich nach vorne. Okay. Ah! Du bist da! Nein! Jetzt weiß ich, was du meinst. Was machst du? Sammel die Münzen auf! Noch Münzen! Sammel noch drei Stück! Ach, ich bin ja wieder da. So. So, wahrscheinlich geht's hier rechts. Sammel die Münzen! Sammel die Münzen! Ja, wie soll ich das denn? Ach so, doch. Mit dem Bummerang, ne? Genau. Eine noch. Los! Reicht! Reicht! Komm zurück! Ach so, das ist nur so. Alles klar. So, du mich nicht töten, als Rache. Theoretisch könnte ich das machen. Zurück, zurück, zurück. So, warte, hier muss doch... Ah ne, der erste, der zweite Stern war da gerade erst. Genau. Dann wird der andere noch ein bisschen auf sich warten lassen. Das war riskant. Aber... Ich hab da so ein perfektes Zeitgefühl, who's, who's. Ah! Haben wir da alle? Ja. Haben wir? Hatten wir. Okay. Weil, aber... Hier war der, äh, hier war der zweite. Jetzt kommt der dritte. Da ist er doch! Ah, da ist er! Wieso haben wir den, den eben nicht gesehen? Die sind total übersehen, ne? So. Wie machen wir das? Wie kommt man da hin? Da irgendwie... Genau, hau ihn mal ein bisschen... Pass auf, wie den Boomer war ich, ne? Hm. Mit nem Hechtsprung rüber? Nee, das wird nicht. Ach, halt. Da sind... Da ist ne Plattform, okay. Dann kann ich vermuten, was es wird. Oh, sorry, warte, ich mach ihn... Macht nix. So. Ich vermute, wir brauchen jetzt Waschbärenkostüm. Ja, wir brauchen jetzt Waschbärenkostüm. Okay. Uns wird das nix. Wie bei der einen Mario Kart Strecke da, ne? Bist du dir sicher? Ach, guck mal, hier außen rum geht's auch. Oh, ja. Stimmt, okay. Pass auf. Pfff. Mal aufpassen, ne? Hey, mach die... Achso, den haben wir ja schon. Bin auch manchmal ein bisschen verwirrt. Nur noch ein bisschen, ne? Muss in der Familie liegen. Wer bist du? Wie war's mal? Muss in der Familie liegen. Wer bist du? Wenn ich das noch wüsste. Oh, wir haben keine Leben mehr. Wir müssen da aufpassen. Oh, ja. Da war Luigi, hast du gesehen? Wenn du überall deine Luigis siehst. Ich weiß, ich bin verrückt, ne? Dass ich hier dieses Spiel abmal zu 8-Bit-Luigis sehe. Oh, ja. Sehr gut. Haben die ihn. Was? Ich hab ja weggeschubst einfach. Scheiße, konnte ich nicht besiegen. Vorsicht, ich geh rein. Da kommt's halt eher. Auch schon wieder keine extra Runde. Oh. Sonst bin ich das doch immer, der einfach so los fände. Das ist sofort... Pass auf, das ist sofortiger Kill, ob ich grad... Los. Ja, das kriegst du. Vorsicht! Das ist zum Glück... Oh, Mann. Nein! Das wirst du nicht... Oh, Mann ey. Das sieht das Let's Play nur die Länge. Hm, Mist. So, nochmal. Oh, guck mal. Huch. Ach so. Weil wir... Okay. Weil wir alle truhen waren. ...